Hallo, mein Name ist Martin Gröger und ich bin der Kundendienstleiter der Marke Waltra und wir dürfen Sie heute recht herzlich hier in unserem neuen Trainingszentrum in Altdorf begrüßen. Ich bin der Füßle Johannes, bin Servicetrainer für die Marke Waltra, seit 2019 dabei, gelernter Landmaschinenmechaniker und Maschinenbautechniker. Mein Name ist Reinhard Maximilian, ich bin gelernter Feinwerkmechanikermeister, bin seit ein bisschen über zwei Jahren jetzt hier bei Waltra und mache hier technisches Training für Waltra Traktoren. Wir haben uns hier in Altdorf mit einem neuen Schulungszentrum erweitert, um eben den Teilnehmern mehr Möglichkeiten zu bieten, dass sie selber an den Maschinen arbeiten können. Wir haben hier vier Maschinen in den Hallen drin und zwei Theorieräume, um eben auch zwei Schulungen parallel anbieten zu können. Generell das Thema Schulung ist immens wichtig, weil die Schulung bildet nun mal die Basis für alles Weitere, was schlussendlich im Feld draußen vonstatten geht. Das Schulungszentrum ist einfach von der Location her wesentlich besser aufgestellt. Wir haben mehr Platz und uns eröffnen sich durch das neue Schulungsthema eben für die Zukunft weitere Möglichkeiten. Wir haben hier die Möglichkeit, direkt mit den Teilnehmern an den Exponaten arbeiten zu können, sodass wir gewappnet sind für Basiskurse für die Neuhändler, genauso wie die Techniktrainings, sprich Motor, Elektrik, Getriebe oder auch Hydraulik. Aber genauso bieten wir auch serienspezifische Kurse an, zum Beispiel für unsere A-Serien oder auch die S-Serie. Bei Waltra ist es so, dass es aufbauend geht. Das heißt, man fängt mit einem Grundkurs, mit einem Einsteigerkurs an und es geht nach dem Step-by-Step immer weiter. Und ja, heute eben das zweite Mal im neuen Gebäude bei der Waltra Academy. Je nach Thema können wir an der Maschine direkt die Probleme besprechen und praktisch Übungen machen. Demontage, Montage von Bauteilen, Gruppen, Komponenten, Fehlersuche, ist alles möglich. Ich finde das persönlich sehr gut aufbaut. Einerseits du hast die Schulung, du bist in den Seminarraum und einerseits einen Raum nebenbei direkt vor Ort, wie es praxisnah dargestellt ist, so wie bei der Fehlersuche und weiteres. Man lernt nicht irgendetwas, was man eigentlich nachher mehr braucht, sondern praxisbezogen, was ich morgen gleich anwenden kann. Wir befinden uns hier in der Lerntechnik schon in einem Segment, das sehr, sehr schnelllebig ist, gerade speziell im Bereich Telemetrie, Längssysteme, Elektrik, Elektronik und dergleichen. Und somit ist es für uns wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir unsere Händler regelmäßig hier bei uns begrüßen dürfen, um es immer wieder abholen zu können und auf den aktuellen Stand bringen zu dürfen. Es ist hier am Standort Altdorf schon gut gelöst, jetzt gar mit dem neuen Schulungsräumen. Das ist, glaube ich, ein guter Start für die kommende Saison und für die nächsten Reparaturen gegeben. Wir bieten zusätzlich virtuelle Schulungen an, um Theorieinhalte zu vermitteln. Anschließend kommen aber die Teilnehmer immer noch einmal zu uns an Standort, um das Ganze in der Praxis zu vertiefen.